Hallo, man. Grüß dich. Alles gut? Ja, sicher. Du sag mal beim Catch Grand Prix, die Gruppen sind jetzt nicht so optimal gelost. Du sagst es. Du und Metan in derselben und es ist zwar noch eine Weile hin, aber in sechs Wochen trefft ihr aufeinander. Da brauchen wir irgendwie eine Lösung für. Ja, du, es gab doch ganz eindeutige, feste Verabredungen, Vereinbarungen, die eingehalten werden müssen. Am Ende des Tages wissen es beide, Mann. Ich bin der Unified Champ. Weißt du? Und, was wir auch sagen müssen, Hauptsache wir kommen ins Finale. Da gibt es nämlich auch für den guten Meta-Hahn das, was ihm am liebsten ist. Nämlich die Kohle. Ja? Das läuft nämlich gut für den Jungen. Und wenn wir schon mal stehen, gibt es ein fettes Preisgeld für uns. Für ihn und für mich. Ja? Dann profitieren auch alle wieder davon. Aber mach dem auf jeden Fall klar, was hier zu tun ist. Schwierig, Mann. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Du machst das schon. Bis zum nächsten Mal.